Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung dieses Jahr Netzregeln 2013 Transparenz und Vertrauen, wieder zusammen mit der Bitkom, wieder zusammen mit Thomas Morsch, dem ich danken möchte für die Zusammenarbeit genauso gut wie der Kollegin Adele Oldam von der Bitkom, mit der wir zusammen diese Tagung vorbereitet haben. Mein Name ist Michael Estonienko. Ich bin in der Böll-Stiftung unter anderem auch für Projekte um die digitale Gesellschaft herum verantwortlich. Wir haben uns gedacht, nachdem die Gäste so reingetröpfelt sind, dass Begrüßungen niemand gern hören will und niemand gern hier vorne stehen will und diese Formeln ablassen will, sondern alle gespannt sind auf den Vortrag von Herrn Pörksen. Deswegen machen wir das hier nur so kurz und nicht diese halbe Stunde, die wir uns eigentlich vorgenommen hatten und legen alle Manuskripte, die wir so haben, zur Seite. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Vielen Dank an Geraldine de Bastion, die diesen Raum hier heute bespielen wird für uns und beginnen wird mit der Einführung der Keynote durch Herrn Prof. Pörksen. Bitteschön, Geraldine. Bitteschön, Geraldine.